saß graf wieder gar nicht so verkehrt aus aber ich denke irgendwann ist es dann halt gar nicht so verkehrt mich dann halt direkt in level 3 dann halt zu warpen damit ich dann halt da üben kann weil ist ja jetzt halt auch mal doof wenn ich jetzt halt ewig immer spiele um bis in level 3 zu kommen und dann halt im ersten also in 3 1 dann halt sofort sterbe deswegen dann halt also jetzt noch nicht ich probiere das noch ein paar mal so damit die ersten zwei welten halt definitiv besser funktionieren und ja dann werde ich dann halt irgendwann anfangen bei 3 1 zu starten glaube ich und ja das dann halt zu üben das ist halt alles ganz gut hinhaut und wenn das dann halt hinhaut dann halt mein hinhaut dann halt gleich in level 4 porten um dann das da alles zu üben und ja dann halt abschließend irgendwann ja das halt in einen kompletten run dann hier durch zu spielen meinsch okay okay ich komme trotzdem damit ziemlich weit obwohl ich jetzt halt gerade gehangen bin okay so gut wie kein feuerwerk aber jetzt die ersten level die laufen jetzt halt wirklich schon ein warum genau habe ich gerade irgendwas gesagt man spricht halt einfach nicht darüber wenn es gut läuft das ist halt einfach so dann passiert mich dann immer sowas wie eben so einfach besser ist wieder gewesen das ist immer so ein ungeschriebenes gesetz man spricht nicht darüber wenn etwas gut läuft ich lasse halt auch einfach diesen pilz da sein weil ich glaube wenn ich den dann hole da ist das potenzial viel größer dann dann irgendwie zu sterben wie dass der mir dann halt was bringt wenn ich groß bin oh oh gott hilfe ähm der hätte jetzt aber wirklich keinen millimeter näher an mir dran sein dürfen der hätte mich wieder erwischt nein oh so der feuer blümchen du geh mal weg ja okay der ist putsch hier also das war dann erst die nächste wieder da habe ich dir jetzt schon verpasst jetzt war die hier ne ja und ja dein Leben mehr sind wir wieder etwas sicherer unterwegs das ist ja hier wieder dieser stelle ich würde auch mal gerne wissen ob sich das spielt ja auch im nes komplett anders spielt halt irgendwie im vergleich zu dem online modus hier von der switch natürlich auch noch mal ganz interessant ob sich das halt irgendwie halt auch in den controller halt oder irgendwie sowas ob sich das halt irgendwie anders spielt aber ja keine ahnung kann ich nicht sagen so jetzt erwischt mich das ding hier wieder das ist ja auch wieder sehr sehr knapp da gehe ich nach oben dann nehme ich mir die drei und da geht die zwei mit ok ne ich werde dafür die hier mit sei doch ein bisschen anders äh bisschen unterschiedlich wie die frische hier schwimmen oder irgendwie erkenne ich da so langsam paar unterschiede das ist doch wieder schade dass ich klein bin aber naja ist egal so 2 3 und 3 leben oh yeah meine lieblingswelt ich mag sie so sehr jetzt war ich doch gerade wie ein Ring und der Fisch ist gestorben jetzt auch wieder ich verstehe es euch weg 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 weh jetzt aber ich spreche wieder irgendwo Fisch oder dann esse ich äh weiß ich nicht dann esse ich äh 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 euch zum Abendessen oder so so ach ich hab euch zerstört hab ich euch den Fischer den Fischer okay äh nächste Bost genau nächste Bostage ach ja das ist ja die hier wieder so hier kann ich mir die Feuerblume holen aber die geht ja zum Glück na hier warte ich wieder ja ach Mist ich hätte durchlaufen sollen dein Herz hingerauen weg zack Mist das ja das weit ich hätte wenn dann hätte ich gleich springen müssen ach aber das ärgert mich hier so dass ich hier gewartet habe wär ich hier durchgerannt dann wär ich hier schön durchgekommen so ne hier ist es natürlich gar nicht so verkehrt wenn ich nein 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 oh Gott also dass das jetzt klappt hätte ich nicht gedacht das ähm hab ich grad doch schon etwas überrascht so so Bild 3 hier haut ab hier ich doch na toll yeah und wieder nur ein Leben boah ich hab mich grad tot gesehen man so so einigermaßen kurz vor dem ähm rettenden zweiten Leben was ich bekommen kann ok jetzt hab ich einfach erstmal wieder eine Feuerblume aber man kann auch wirklich ziemlich dicht an der Röhre hier dran stehen ohne dass man da ähm reingeht oh hier stimmt hier war ja der Stern ha aber ich mach jetzt mal hier das ähm einigermaßen safe ach ja hier war ja das ähm wo ich mich grad so doof angestellt hab ok geht ihr da mal runter äh geht ihr da mal freiwillig runter ja mir auch lieb danke die sind dann hier ab der dritten Welt werden sie spendabel was zu power up angeht hopp nice ok noch vier Münzen dann ähm habe ich das wertene zweite Leben das mich vor einem sofortigen Game-Oba wieder bewahrt ok dann ähm habe ich das ok hier ist noch eine ach ne komm ja ja ach mensch ich hab's gewusst na ja na toll ach man das war jetzt ja grad schon mal so ne Aktion ne wie hätt er denn hier sein müssen na geh weg so äh so 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 ich bin da durch ey zack naja jetzt kommen wir hier auch wieder die ganzen Schildkröten ne uuuh uuuh eck bin ich irgendwo rein? nö oder vielleicht bin ich auch schon vorbei das kann natürlich ja also wenn dann bin ich auch hier vorbei ui ui also ich sag mal ich hab das Leben genau in dem Moment gekommen wo ich gekommen wo ich äh tot war mal wieder aber nein ach Mist ey 3 3 so kurz wieder vom Ziel her 2-Level, also das Boss-Level hätte jetzt noch gefehlt. Und dann wäre ich auf jeden Fall wieder bei 4-1 gewesen. Naja. Ach. Warum immer? Warum immer? Manchmal will es ja doch einfach nicht klappen. Manchmal ist es echt wie verhext. Hoi! Lass mal gucken. Ähm. Ich bin zwar klein, aber ich habe noch 3 Leben. Das heißt ja auch schon mal. Das ist ja dann auch schon mal. Ich habe jetzt wieder auch keine Feuerblume hier für das Level. Das ist natürlich auch wieder doof. Nein. Oh, wow. Okay. Keine Feuerblume. Kein Stern. Und den kann ich ja jetzt auch nicht rein. Oh, wow. Ah. So, jetzt komm her zu mir. Danke. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie hoch der Game Overcower da jetzt ist. Also, als ich angefangen habe, also das letzte Game Over gestern war, äh, also, ähm, ich weiß nicht. Bei, wie weit sind wir denn jetzt? 16 oder so? Also, ich bin zum Glück ein paar Mal ja ziemlich weit gekommen. Also, ziemlich weit in Anführungsstrichen. Oh Gott, Hilfe. Ähm. Aber ich finde es schon mal wirklich ein Erfolg, dass ich, äh, bis Welt 4.1 gekommen bin. Oder bis Stage 4.1 irgendwie. Ja, ich glaube, es wäre Stage 4.1 so. Schon mal wirklich sehr schön. Und jetzt war ich auch schon hin und wieder mal in Welt 3. Wann daher ist das doch alles voll? Zack, zack. So. Ach, diese Stelle hier wieder, ne? Ach, nee. Oh, komm. Ah. Ah, jetzt bin ich halt nicht wieder hier und krieg kein Pils mehr oder so. Oh, ab hier. Na ja. Egal. So, Boss Stage. Ja. Nee, das hat keinen Sinn, sich da den Pils zu holen. Das, da sterbe ich dann. Oh Gott, das war auch wieder knapp. So. Ach so. Okay, man kann hier Pause machen. Ist auch interessant. Hab ich jetzt auch nicht gewusst. Ähm, B2. Hopp. Oh, Hilfe. Geh weg. Oh, Blume. Und gleich wieder ein neues Leben. Hier kann ich ja immer rüber. Oh Gott, ich habe ja gedacht, der, 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 der spricht jetzt wieder. So. Äh, jetzt müsste ich ja wohl wieder drei Leben haben, ne? Ähm. Ich meine ja, zwei oder drei. Eins von beiden. So, hier kommt vielleicht der, der hier Kupa. Hier rüber. Jetzt kommt die. Doch. Ach, nein, ey, sag mal. Der steht vor mir. Wieso erwischt ich den? Boah, na toll. Okay, jetzt habe ich wieder. Oh, nee. Okay, ich habe nur noch ein Leben. Auch toll. Oh, Hilfe. Ach, jetzt springe ich da zweimal fast in den rein, ne? So. Egal. Egal. Ah, hier nur noch ein Leben. Gerade mal Wild 2-2. Naja. Und, äh, ich glaube, der erwischt einen auch immer ziemlich schnell, wenn man groß ist, oder? Oh Gott, Hilfe. Ich könnte mir echt vorstellen, dass hier irgendwo so ein unsichtbarer Block ist mit einem Pilz. Na gut, wie wird es denn halt raus, äh, wie wird es denn halt finden, ne? Und, äh, kommt hier gerade einer, Flöten. Ja, okay, den nehme ich jetzt nicht. Wird so gierig bin ich jetzt nicht. Also. Naja, wenn ich jetzt wieder ein paar Münzen mit dazu bekomme. Ist ja auch schon was wert. Und, ja, 2-3. Jetzt kommt mein Lieblingslevel wieder. Mit nur einem Leben. Ja. Da. Okay, gut. Ah. Mann. Das gibt's nicht. Ja.